Ich bin in meiner Familie der erste FISMAN, aber meine Frau, eigentlich die Eltern, die Großeltern sind oder waren alle bei FISMAN hier. Ich kenne FISMAN seit meinen Kindheitstagen natürlich durch meine Eltern, die auch bei FISMAN gearbeitet haben oder mein Papa und dann habe ich mich in der Schulzeit dazu entschieden auch selber hier zu arbeiten. Also für mich passen die FISMAN-Werte genauso gut privat auf meine Familie wie auch hier in die FISMAN-Familie, dass man einfach ehrlich zueinander ist, dass man Feedback gibt, dass man offen miteinander umgeht und eine Gemeinschaft hat. Das ist ja genau das, was man irgendwo zu Hause genauso auch leben möchte. Also ich glaube, dass FISMAN auch ja geprägt ist, mit vielen Kollegen ein ganzes Arbeitsleben zu verbringen, also sich da auch über Generationsgrenzen hinweg eben auch auszutauschen, das bereichert einfach. Also Teil des Unternehmens zu sein, was im Zentrum auch dieser Energiewende steht und so einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet, das macht mich unglaublich stolz. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, das habe ich durch FISMAN kennengelernt. Hier am Standort nachhaltig zu sein, aber eben auch diese Nachhaltigkeit weiterzugeben bis an den Endkunden, der dann letztendlich auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit selber generieren darf. Deswegen, ich bin jetzt die nächste Generation. Ich bin stolz darauf, dass wir daran selber arbeiten dürfen. ZDH-¬ ZD-¶ ZD-§ Untertitelung des ZDF, 2020